Du willst mich rauswerfen? Ich lasse den Griff nicht los, bis die Couch wieder da steht. Ich bräuchte ne Couch für heute. Nicole! Altes Haus! Helge, na? Wir waren mal zusammen aus, ja. Weißt du, die Krankenschwester? Martin! Bist du auch eine? Nein, dafür bin ich noch viel zu jung. Marcel sagt, dass du meine Mutter bist. Und wenn? Glaubst du dich auch, dass du es ein bisschen verkackt hast? Mhm. So insgesamt mit mir. Weißt du, manche Elternteile kommen so spät von der Arbeit, dass sie grad noch die Zeit haben, ihrem Kind einmal über den Kopf zu streicheln. Ich kann sich den Verband heute mal selber machen, Herr Mayer. Wissen Sie, was ich jetzt gerne tun würde? Ich würde mich jetzt gerne hier einfach neben sie hinlegen. Mich auch einfach schon bedienen lassen.